Im Jahr 200 v. Chr. drohte der Mittelmeerraum im Chaos zu versinken. Im neutralen Territorium von Syrakus. Aus Rom, Ägypten, Griechenland, Persien und Karthago kamen die Monarchen der fünf großen Reiche zu Friedensgesprächen zusammen. Niemand weiß noch, wessen Idee es war, kleine Tokens zu verwenden. Aber alle hockten sich um einen Tisch zu einem seltsamen Spiel, dessen Ausgang das Schicksal der Welt entscheiden sollte. Einige sagen, dass das Spiel Stunden dauerte. Auch, dass einer zu schummeln versuchte und dass es Krieg gab.